Siddhi Jivi Asana ist eine Stellung, welche große Flexibilität in den Hüftgelenken, Knien und Fußgelenken erfordert. Nilakanta zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen und bringe insbesondere die Fersen nahe des Geschlechtsorgans. Dann ziehe die Zehen nach oben und versuche die Zehen Richtung Bauch zu bringen. Diese Stellung wird genannt Siddhi Jivi Asana. Diese Stellung gehört zu den Stellungen, wo Hüftgelenke sehr flexibel werden. Idealerweise hältst du das Gesicht dabei entspannt. Und wenn du die ausreichende Flexibilität hast, dann kannst du das mit weniger Anstrengung machen. Aber um dorthin zu kommen, braucht es auch eine gewisse Bemühung. Um die Flexibilität zu erreichen, kannst du dich auch mal nach vorne beugen und versuchen beim nach vorne zu beugen, die Zehen auf den Bauch zu bekommen. Und wenn du anschließend wieder hochkommst, bist du vielleicht etwas leichter darin, die Zehen etwas höher zu nehmen. Siddhi Jivi Asana ist also ein Asana für die Flexibilität der Hüften und gehört zu der ganzen Gruppe von Siddhasanas, die dazu beitragen sollen, Muladhara und Svadhisthana Chakra zu aktivieren und die Energie nach oben zu bringen. Siddhi heißt Vollendung, auch außergewöhnliche Fähigkeit. Jivi kommt vom Sanskrit Jivin und heißt lebend, lebendig. Man könnte diese Stellung auch nennen die Stellung der lebendigen Vollkommenheit. Man könnte sie aber auch bezeichnen als eine Stellung, die benannt wurde nach einem Siddha namens Jivi oder auch Jiva. Es gibt viele Asanas, die nach großen Meistern benannt wurden. Manchmal beginnen die mit Siddha und dann der Eigenname des Meisters und manchmal Siddhi und dann der Eigenname des Meisters. Also es ist möglich, dass er seinen Meister namens Jivi gegeben hat, nachdem dieses Asana benannt wurde. Ansonsten ist gerade in dieser Naht-Tradition gilt die Energie von Muladhara und Svadhisthana Chakra als Quelle der Lebendigkeit und diese wird von all diesen Stellungen, wo die Fersen unter den Kandapunkt gehen oder in der Nähe der Geschlechtsorgane oder zum Tarnbein hingehen. All diese gelten als Asanas, die die Lebensenergie stark erhöhen. Ja, danke fürs Zuschauen. Mehr findest du auf wiki.yoga-vidya.de, wo mehr als 5000 Videos zu Asanas verlinkt werden.